Man kann den Boss auch skippen, ja. Oder eigentlich nur wissen, was hier unten abgeht. Uuuuh. Stopp. Ach, da war ich schon. Ja, da ist der reguläre Eingang zu Vulkan, und da waren wir ja. Oh, ne, ich will noch was wissen. War das hier unten los? Nein. Schon wieder so Hände? Los nicht. Okay. Wow, 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 wow. 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 Ist hier auch ein Eingang? Reicht jetzt. Hier ist auf jeden Fall auch der Gnade. Und hallo in den Chat. Ja, ihr seht ganz toll, ne? Schaut eigentlich nur die Gegend anschauen, Jungs. Das ist ruhig durch. Ah, komm ich so in den Bereich? Der da ist kaputt und abgetrennt war. Schauen wir mal, ne? Was sind die hier alles geschlacht? Oh, nein, 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 nein. So ein Vieh ist hier. Na gut, na gut, na gut. Na gut. Okay. Komm, den machen wir zu Fuß. Nicht an den Blatthauenstep vergessen, ne? Oh, shit. Heilig. Aber den sollten wir schassen. Ist nicht so schlimm wie diese Sternenfallbestie da eben. Ja, den haben wir gleich. Boom, boom, bam, bam, on. Bam in dein Face, Junge. So geht das. Juhu. Boss Nummer drei wenigstens. Ist etwas für heute. Himmelblaue Geheimnistrainer. Wollte ganz sagen, der ist ja nicht so schwer gewesen. Deswegen hat der wahrscheinlich auch nicht so viele Runen eingebaut. Hier unten ist ja nie der WM-Bahn. Was geht ab, Alter? Das ist die Brücke, die ich von oben gesehen habe, ne? Was bei euch los? Okay, 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 okay. Okay, es reicht jetzt. Okay. Reicht doch jetzt. Reicht jetzt, reicht jetzt. Das scheiß behinderte Viecher, Alter. Haben die mich einfach da die Brücke runtergeschmeißt. Okay, wir haben geschmeißt. Geschmissen. Ich komme jetzt mal in Ruhen wieder. Was mir immer noch nicht erklärt ist, wie man einmal zu dem einen Teil da oben hinkommt. Und ich habe den Tunnel noch nicht gemacht, gell? Wie jede Wette. Reicht! Reicht auch! Reicht! Wer will denn was von mir? So, das habe ich schon noch nicht heraus, wo ich da hinkomme. Aber wir gehen jetzt mal in diesen Tunnel. Den haben wir auch noch nicht gemacht. Das kann doch nicht, wie ich hinkomme am besten. Ja, die haben ja gemacht, die Brücke. Und das ist wirklich ein guter Abgang. Ja, das ist ein toller Zaubertrick, ne? Irgendwie ist jetzt schon wieder Agro. Wow, 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 wow. Also von da unten macht er mich. Wieso sieht das aus, als ob ich in den Tunnel war, aber selbst nicht. Ach, es kann sein, dass ich da nur einen Invader hatte, gell? Das ist merklich. Das ist das, was ich jetzt noch nicht. was bist du weiner hier hatte ich auch schon und wieder ein titan ach so ich war deswegen nicht drin weil mir hier ein steinschmerzlüssel gefehlt hat ich habe auch kein was ist denn jetzt passiert ich gebe gleich steinschmerzlüssel besorgen du willst auch was du kriegst was komm her bring it ja reicht jetzt aber was ist für eine spam attack das kann ich auch cooler trick was willst du auch noch was okay ich würde gleich nach hinten zurück ich brauche ein steinschmerzlüssel dann gehen wir einkaufen taleport stehe halt recht nein das ist falsch bedenkt da wollte ich gar nicht egal wo sind denn alle hin ich muss mal einige quests dann auch nachgehen die tabelrunde räumt sich ja auf hier was ist denn da los hier ist noch eine ja ich dachte ich würde sie bekommen einen summonsen zu der runde table nefeli lu we met at stone vale ich bin glatt zu sehen hier ich habe etwas für dich ich habe es in der rückgrafting bräume du hast ihn 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 ich bin nicht in der eine habite von schweizern Nifilu. Mal gucken, ob ich deinen Vater finde. Oh, ich hab noch keinen. Ich probiere jetzt bestimmt auch Steinschüssel, oder? Ich hab auf jeden Fall Dunkelschmiedsteine. Ah, ja. Nein! Aber vielleicht bei denen, die ich... Vielleicht bei denen? Das sieht auf mich gut aus. Das ist schade. Nein, auch noch gekauft. Das ist aber kein Steinschüssel, ne? Das ist ein Panzerbrecher. Nein! Ah! Wo ist noch einen gehabt? Wenn ich mal hier bin, ich gucke jetzt, ob ich noch mehr finde. Da, guck mal, drei Stück noch. Nehmen wir alle mit. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Das ist ein Panzerbrecher. Und noch mehr Steinschüssel. Dürfte erst mal langsam anfangen. Ah, warte mal. Ich will jetzt mal schauen. Gehen wir mal zu dem Schmied und zu der Geistertussi. Da bin ich aber hier falsch. Da, 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 da. Was brüchte ich denn? Krippertalili 5. Ah, das hätten die sogar gehabt. Ne? Und was brüchte ich bei dir, Chef? Wie ist dein Arme nicht? Wo ist der drachen Schmiedschnein? Ich hab gar keine Ahnung, wo man die findet. Und einen normalen Dunkelschmiedschnein. Ich will mal noch was checken. Ob diese Händlerin das nicht auch hat, ne? Und dann weiß ich, womit mein nächster Schritt hinführt. Also Geistertussi 5 und Dunkelschmiedschnein. Beziehungsweise normale Schmiedschnein. Mal schauen. Hättet ihr das denn? Ihr habt... Ich kriege jetzt Alidia, aber keine Geistertalide. Ich hab keine Romantaner. Hier können wir einfach einen Bogen kriegen. Ich kann aber mal kurz gucken. Warte mal da, was? Das ist ein nummerig Mensch. Das ist ein nummerig Mensch. Das ist ein nummerer Schmiedschnein. Auch normaler Schmiedschnein. Auch wahrscheinlich normaler Geistertalide. Nicht nur 1 Sachen halt, ne? Schmiedschnein 2. Das ist ein nummerer Schmiedschnein. Das ist ein nummerer Schmiedschnein. Das wäre eigentlich auch ein nummerer Schmiedschnein. Das ist 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 aber ein toller Trick. Den du da drauf hast. You know what. Ja ist ja gut. Nervt mich alle nicht weiter. Ich geh jetzt eh da rein. Alter Atlus Guck, kommst du nicht rein Ey da, du kommst du nicht rein Das ist sehr leicht Äh, hier sind wir schon Ich höre Schmiedenarbeiter. Ja, übertreibt man nicht. Ich brauche... Hä? Okay, komm jetzt. Ich brauche einen Hammer. Irgendwas, was auf die drauf haut. Das soll eine Axt sein. Nee. Oh, jetzt habe ich Fat Roll bekommen. Wieso habe ich auf einmal große Last? Liegt das echt an der Ausrüstung? Na gut. Geht aber nicht anders hier. Ein Hund! Die würde ich hier aber nicht haben. Warum hat er eigentlich Elon Musk in sein Bild ein? So, scheiße. Ich weiß auch nicht. Ist ja gut. Wisst ihr, wie spät es ist? Und ihr kloppt hier noch rum? Und ihr kloppt hier noch rum? Going down. Macht hier einen schönen Rhythmus. Hunde? Hunde? Ah, und jetzt kommt der nächste Tipp. Oh, da war ein Talisman drin. Irgendwann. Irgendwann bist du alles. Was willst du denn? Kannst du mich nicht stressen? Stress ich dich auch nicht. Okay, deal. Cool. Ich bin dabei sogar stark genug, um die so down zu kriegen. Dann brauchst du vielleicht eventuell den Klapper nicht. Na, schau mal mal. Und warum machst du nötig? Ne, hier sind Schmiedesteine drin. Wer weiß, wer weiß. Kann man nicht mehr brauchen. Du, 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 du. Du, 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 du.